... vom 3. Oktober 1980 aus dem Studio 10 des Funkhauses Hamburg. Die Frauen sind Corinne Lienzoll, Trompete, Irene Schweitzer, Klavier und Perkussion, Anne-Marie Rölefs, Bosaun und Violine, Lindsay Cooper, Sopransaxophon, Fagott und Oboe, Sally Potter, Gesang und Denorsaxophon, Maggie Nichols, Gesang und Klavier, und Georgie Bourne, Cello und Bass. Also die Feminist Improvising Group, zunächst mit The Seventh Kisser Sisters und Annie Trouble. Cello Sonata, und here we are again. Cello Sonata, und hier we are again. Cello Sonata, und hier we are again. Cello Sonata, und hier we are again. Liebe, 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 Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe. Liebe, Liebe. Liebe, 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 Amen, 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 Musik 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 G-L-O-R-I-A 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018